So, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Vater, Beziehungswurz, Psychologe, das ist mein Videoblog, meine Presse findest du auf www.bibesche.de, vielleicht sehen wir uns am Wochenende in Essen und genau, es geht eine Frage, also was ist, wenn jemand, jemand hat jemand im Fitnessstudio kennengelernt, lese ich übrigens extrem oft gerade, finde ich echt cool und schon mal doch ein ganz guter Ort und ja, macht sich Sorgen darüber, dass diese Person noch so eine Freundschaft plus am Laufen hat, wenn ich das so richtig sehe. Hallo Christian, erstmal herzlichen Dank für deine großartige Arbeit, bin acht Jahre in On-Off-Beziehungen gewesen, allerdings waren es drei Offs für mich zu viel, ich begab mich in Therapie, also nach der zweiten Off in der Hoffnung, viel verstanden umsetzen zu können, heute weiß ich, dass es unmöglich war, ja, On-Off ist für einen Arsch und ist mit dem Partner zu bleiben, wenn nur ich an mir arbeite, er wollte es gar nicht, liegt ja an mir, er ist, wie er ist, ich verstehe jetzt nach dem dritten Off, worum es hier eigentlich geht und warum es notwendig war, bin sehr dankbar dafür, Arte bearbeite hart an mir und hätte nie gedacht, dass ich alleine als Plus so gut leben kann. Ja, herzlichen Glückwunsch, sehr gut, dass ich tatsächlich nicht mehr auf der Suche bin. Nun zu meiner Frage, ich habe vor kurzem im Fitnessstudio Armand kennengelernt, wir sehen uns doch regelmäßig und er weiß, dass ich noch keine Beziehung eingehen will, da ich nach der Trennung noch etwas länger allein sein möchte. Wir sehen uns regelmäßig im Studio und reden viel, er hat starkes Interesse an mir, aber da habe ich mich an ein Video erinnert und stellte ihm, was ich früher nie gemacht habe, weil es für mich klar war, jemand, der sich für mich interessiert, Solo sein muss, die Frage aller Fragen, ob er Single ist. Die Antwort habe ich ziemlich überrascht, da er immer prallte, wie geil sein Leben ist, wie gut er alleine klarkommt mit sich selber und auch alleine in Urlaub fahren kann. Wir sind beide Ende 40, beide vor vielen Jahren geschieden. Nun noch meine Frage, beantwortet er, er hätte eine Bekannte, die verrückt nach ihm ist und in jeder Zeit heiraten würde, er fühlt nichts als Freundschaft und jetzt Achtung, sie weiß, wenn er jemanden kennenlernen würde, ist es mit ihr vorbei. Ich nehme an, es ist Freundschaft plus, ob sie es weiß. Was hältst du von sowas? Ich dachte, Finger weg und danke, danke, Christian, ohne dich hätte ich diese Frage nie gestellt. Schönen Tag, Bab Schikola. Ja, gut, jetzt muss man natürlich immer gucken, also ich stelle einfach mal so ein paar Fragen, ich kann das natürlich letztlich hundertprozentig jetzt auch nicht sagen, aber es ist immer die Frage, ob man zu streng ist. Ich meine, dass jetzt jemand, der Dauersingle, also ich versuche jetzt mal in seinem, was sozusagen für ihn sprechen würde, dass das vielleicht wirklich, das kann man ja auch nochmal erfragen, vielleicht ist es auch wirklich nur eine platonische Freundin, weil das wollen wir ja auch nicht ausschließen, man malt sich manchmal so schlimme Sachen aus und die sind dann gar nicht so, dann kann sein, dass sie eine abgesprochene Freundschaft plus führen und das ist ja auch in Ordnung, wenn man so seine Bedürfnisse befriedigt und das eben nicht reicht für eine richtige Beziehung, ist ja legitim, ich denke, es nimmt auch zu, solche Sachen heutzutage und klar müsste das natürlich, wenn du eine komedische Beziehung haben willst, müsste das natürlich beendet werden, andererseits sagst du ja selber auch, das fällt mir natürlich jetzt ja auf in der E-Mail, dass du sagst, ich möchte eigentlich auch keine Beziehung, eingehen, ne, oder habe ich das falsch verstanden, ne, ja, also ich meine, das hättest du ja auch geschrieben hier, schauen wir nochmal, ja, er weiß, dass ich noch keine Beziehung eingehen will, weil ich nach einer Trennung etwas länger allein sein möchte, ja, warum soll er dann nicht eine Freundschaft plus haben, so, ne, also, ähm, ich meine, ich finde es, ich persönlich würde jetzt sagen, wäre okay, sich weiter kennen zu lernen und dann, also du weißt nicht so richtig, was du willst, ähm, also wenn er jetzt nicht in einer komedierten Beziehung ist, darf er dich natürlich daten, das andere kannst ja noch rauskriegen, was mit der Frau ist und, ähm, ja, dann könnte man sich einfach mal treffen und quatschen, würde ich sagen, ne, und dann gucken, ob es sich zum Date entwickelt, ähm, aber, ähm, wenn das alles offen ist, also klar, wenn das natürlich, wenn er jetzt so eine Frau, die denkt, sie wäre in einer Beziehung, äh, da so durchzieht und flirtet mit dir jetzt, das wäre natürlich nicht gut, also, ich meine, vielleicht hast du, aber, ich meine, du kennst ihn ja, du hast ihn gesehen, vielleicht hast du dein besseres Gefühl, als wir ihr haben können, das wäre natürlich nicht gut, das ist natürlich klar. In diesem Sinne, sehen wir uns bald wieder, ciao ihr Lieben.